Alexandra von Sati spielt seit April 2019 die Rolle der Chiara Nadolny bei Alles was zählt. Uns hat sie nun exklusiv einige Einblicke in ihren Schauspielalltag gegeben und verraten, was in Zukunft bei Chiara Alles anstehen wird. Alexandra von Sati spielt bereits seit knapp fünf Jahren die Rolle der Chiara Nadolny bei der RTL Zaube Alles was zählt. Uns hat die Schauspielerin nun exklusiv im Interview verraten, was ihre bisher größte Herausforderung am Set war, welche ihrer KollegInnen echte Freunde geworden sind und was Fans von ihrer Alles was zählt Rolle in Zukunft erwarten können. Alexandra von Sati erzählt von ihrer großen Alles was zählt Familie. Chiara Nadolny hat in ihrer Zeit als Eiskunstläuferin bei den Steinkamp schon einiges hinter sich. Doch als ihre größte Herausforderung würde Alexandra sich wahrhaftig zu verlieben bezeichnen. Chiara ist im Leben oft auf sich allein gestellt gewesen. Daher war es für sie eine Herausforderung, sich fallen zu lassen und sich wirklich auf jemanden einlassen zu können, erklärt sie uns. Doch dabei helfen konnte ihr ihrer Serienpartnerin und Freundin im wahren Leben Laura Egger, die die Rolle der Ava spielt. Auch mit ihrer Stylistin Lamia A. G. Haibur verstehe sich die Schauspielerin gut. Außerdem habe ich mit meinen Freunden und Schauspielpartnern Igor Dolgatschew, Dennis, und Suri Abbasie, Leila, sehr viel Spaß am Set, verrät Alexandra. Insgesamt sind alle Kolleg, innen bei Avs wie eine kleine Familie, erklärt Alexandra. Wir gehen alle super liebevoll miteinander um. Das schätze ich sehr an uns, da gibt es keine Bad Vibes. Worauf können sich Fans der RTL Soap in Zukunft freuen? Was steht für Chiara Nadolny in Zukunft an? Meine Rolle wird in Zukunft die ein oder andere große Geschichte erleben. Darauf freue ich mich schon. So viel kann ich schon mal sagen. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.